hallo meine lieben und wieder willkommen zurück zu einer weiteren folge von let's play dying light und wieder mit dabei ist der blacksmith und auch ein neuer spieler der ghost zero killer auf meiner seite und würde ich sagen wir sind zwar schon bei zwei prozent der kampagne weil wir die ersten zwei prozent streamen wollten und versucht haben aufzunehmen aber ein gewisses program wo wir gestreamt haben wollte uns die aufnahme oder mir die aufnahme nicht nehmen von daher seht ihr es von da ab es sind nur ein paar missionen gewesen und ja it's it's wayne meine freunde oh ja genau ich bin tot what the fuck nein ich bin nicht auf das war unser ghost ja unser ghost spielt gerne mit sprengbaren sachen ja was ist wir haben noch zwei ampulen an die 10 gefunden schön er läuft einfach nachricht na dann weiter im gefecht war facet 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 bitch war da ist dunkel ein sprinter ich sehe ihn nicht da ist sie und weg ist er ich kann nix machen warte mal kurz und an wo war die btche her kommt nicht hoch die kommen da hoch oder was wollte mich verarschen achtung hinter dir ok der ist tot er ist hinüber warte mal kurz Bist du nervös, Kumpel? Bist du nervös, Kumpel? Bist du nervös, Kumpel? Kumpel, 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 Kumpel! Okay, ich bin komplett nervös. Ähm... Bento ist es, Bento ist es. Bento, Bento! Halt dein Maul! ...du verkaufst Antizin? Derselbe, der auch sagt, dass du direkt zusammen kochst und in falscher Ampullen füllst. Nö? Meine Formel ist um Längen besser. Sie hält nicht nur gesund, sondern verleiht auch super stark. Unglaubliches Händbuch. Und Laserhaut. Ich könnte dich mit einem Blick verbrennen. Ich mach deinen Laden dicht. Ja, Yusuf sagt, ich hab's gut in dir. Tja, Yusuf hat er wohl recht. Und du bist so gut in dir. Und du bist so gut in dir. Und du bist so gut in dir. Du Aush! Komm her! Warte mal, ich muss kurz mal was. Medizinisches Herstellen, Freunde! Ja, komm her! Ja, komm zu Papi! Komm her! Ja! So, f*** euch! Freunde! Das ist ne fette Party! Und daaaann! Hey! Hat der was Schönes für uns versteckt? Eh, wohl eh ja nicht! Ja genau, brenn! Lauf in die Flammen rein, du! Vollhorst! Alkohol! 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 Medikit da! Mull binden! Eine Notiz! Okay, schön! Mull ist immer gut! Mull ist immer gut! Ah ja! Frau Marlene, ich habe jetzt das DLC geholt! Für den Bogen! Jetzt ist es auch krank! Jetzt ist es! THX! Hallo! Hu! Hu! Ich setze der Ghost Zero Zero Killer da! Du darfst die Stiche nicht pressen! Ha! Ja, ja, ja! Komm! Wir machen jetzt nicht die Story Mission, sondern die Nebenmissionen zuerst! Okay! Familiärer Notstand! Das machen wir jetzt! Okay! Familiärer Notstand! Okay, den Mistkeller! Geil! Fünf Rufstaune! Okay, dann! Okay, dann! Wir kommen! Wir kommen! We are coming! My babe! We are coming! We are on the road! Ja! Ein Rohr und ein paar Zigaretten! Kaffee Wow, da Klart man die ganze Scheiße da auf Da liegt ja voll extrem viel rum Da liegt ja voll viel Zeug am Boden Wow, heute ist Ostern Ostern und Weihnachten Schön, das ist aber sehr toll Sehr, sehr toll Ja, das ist sehr toll Okay, da ist noch was Eine Batterie Batterie, Achtung Zombies im Anmarsch Ist egal Hi, Kumpel Achso, das bist du Vielleicht du wärst ein Zombie Nein, nein, noch nicht Schade Ja, das sind Zombies Hi, Kumpels Okay, dann Wow, Alter Ich laufe die Tür raus Und zack, bin ich down Ich muss mich mal voll heilen Alles nichts nützen So, okay, los geht's Let's go Wow Abbrechen Was abbrechen? Ich mach das jetzt nüch Okay, wasau mir da vorne Äh, lol, okay Okay Wer hat deines umgenudelt? Sorry, ich hab auf irgendwas drauf geschlafen Ja, ich hab auf irgendwas drauf geschlafen Ja, ich hab irgendwie Ja, du warst nicht dummgenudelt, wieso magst du sowas? Du bist gemein Irgendwie, irgendwie, nein, nein, tut es mir nicht leid Du bist ja gemeingefährlich Du Maschine Du Maschine Was ist da oben? Ich bin bei Brayton Ich und der Ghost Okay, wir warten Wir warten mit dem abgeben Ja, warten Ich geh Halt dein Maul, du Kleines Vollenschlänglein Bin schon wieder da Das freut uns aber ganz extrem Ich drücke B 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 Ja, meine Freunde, es ist, äh Es ist schon wieder mal spät Deswegen Sehr schön Okay, ähm Geil, geil Komm mal her, komm mal her Ein Wurf Industrie-Egel Kaufen oder nicht kaufen? Ja, kaufen, 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 kaufen Immer kaufen Hey, das sind geile Meine Preise sind kacke Okay, finden Sie eine Schusswaffe für Davut? Ja, wo soll ich jetzt eine Schusswaffe für Davut herbekommen? Kann man die kaufen, die Schusswaffe, oder? Nee Mit einem Klappmesser wird er nicht zufrieden sein, okay, dann würde ich sagen, geh mir wieder nach unten, oder? Ja, dann werden wir gleich Okay Komm, unser Ninja Ninja Wir brauchen eine Schusswaffe für Davut Ja, mein Kabel verabschiedet sich Ja, mein Kabel verabschiedet sich Das Kabel ist Ja, ähm Du musst mal eine Nacht schlafen Schlafen willst du? Das können wir auch knacher machen Wo bist du? Ja, da rauf zur nächsten Mission Ja, Schusswaffe, hast du das mit Schusswaffe für Davut? Nein Stell mal die Mission um und komm hier rauf Ja, genau, leck mich, ja, schlafen Ja, leck mich Tifa, wo ist denn das? Ah! Okay Wo bekommen wir dann die Schusswaffe für Davut her? Aus einem Polizeiauto, würde ich mal sagen Fast richtig Dürfte wohl wahr sein Okay, ich bin drinnen, ich bin drinnen, ich bin drinnen Da unten war ein Zombie Jetzt nicht mehr Oder? Nee, ich hab ihn da runter geschlagen Ach, sorry Kumpel Da ist ne Kiste Wenn jemand Blut Wenn jemand Blechdosen braucht und Kaffee Gebt mir das Shit Geht mal raus auf die Straße Geht mal kurz auf die Straße Geht mal kurz auf die Straße Mann, ich wollte da grad Einer von einer Art der Junge machen Kautka oder Ghosty Geht mal kurz raus Und keiner von euch Ich war ein unartiger Junge, deswegen bin ich da eingefährt Ja genau Und er wurde fast gekillt Alpha Ja, friss dich voll Kumpel Stopf die rein, deine Scheiß Kann man das Hast du auch nicht irgendwie Wow Genau, ja Mach Lärm und hol die Zombies Genau Komm doch da drauf Wir müssen da oben eh, ne Mission abgeben Mission complete Runter, runter, runter Geht ihr da? Ich komme, ich bin auf dem Dach Ja, ich auch Ah, okay Madey, madey Crane hier Bericht Der Turmboss heißt Bracken Und ist definitiv nicht euer Mann Der andere Hauptverdächtige ist Eine Art Warlord Ein Typ von hier nennt sich Rais Er hortet Antizin und verkauft es zu horrenden Preisen Man hat mich damit beauftragt, das abgeworfene Antizin zu bergen Schaffe ich das nicht Müssen sie sich was anderes einfallen lassen Bestätigt Sie machen ihre Sache gut Crane Setzen sie die Mission fort und geben sie uns Zeit zum Nachdenken Melden sie sich sobald sie Antizin finden Hahaha Ich bin so bescheuert, Alter Lalalalalala Ah ja, gleich zwei Hm Okay, so jetzt Ähm, was Finden sie eine Schusswaffe für der Wut? Okay Ich würde mal sagen, wir klauen uns Suchen uns ein Polizeiauto Ich würde mal sagen Das wäre richtig Ich habe schon eins gefunden Wo denn? Geradeaus Geradeaus Wo ist der Ghost 00 Killer? Da ist schon wieder Melden voraus Da ist schon wieder Melden voraus Nein Ne, der ist hinter uns Hatschpatsch Hey, du hast mich nicht erwischt Hatschpatsch So, ähm Okay, das war kein Polizeiauto Das war nur ein weißes Auto Aber ist egal Ja, das nehme ich so Ah, da war die, da war die Party Nein Boah, lol Boah, lol Was, töten sie? Was soll ich töten? Töten sie irgendwas? Stand da gerade Wen denn schon wieder töten? Keine Ahnung Immer nur töten Und töten I don't know Wo seid ihr, Freunde? Ich sehe euch nicht Bin Gottes auch Da drüben ist ein Polizeiauto Ich habe ein Polizeiauto gefunden Sogar zwei Mann, bin ich gut Okay, ihr müsst die Viecher ablenken Und dich Äh, okay Nein, das war nicht gut Ich würde mich jetzt beeilen Ja, du bist Du bist lustig Okay, ist offen Ist offen, ist offen Ah, ist offen, ist offen Scheiß drauf Woowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowow das war mal ne riskante runde ne hab ich da alles geholt ja hab ich ja ich hab's gesehen ein flitzer ja genau er wollte kuscheln ja komm wir müssen wir müssen längst mal die fiecher ab dann setzt sich gleich noch das andere auto daneben macht macht ihr das das wäre ich knack mal das polizei auto in der zwischenzeit ist geknackt ist offen da ist nichts drinnen woher mit dem auto aus ja gleich warte fuck it fuck it fuck fuck her fuck her fuck her oh ja baby oh ja baby schnell 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 fuck her fuck her fuck her neiiiin kopf die ok sie fressen mich sie fressen mich auf mh lecker lass doch geschmecken freunde hahaha ok jetzt weg aber und töst ok mal kurz medikit herstellen verdammte scheiße ok der schwierigkeit ist grad freunde ist richtig heavy heavy metal pass das ist wenig was siehst du mit dir du schießen das scheiße beschörtes Teil du bescheuertes ich stirb so sorry Freunde ich muss mich grad mal abreagieren wieso bekommst du eine Waffe und dich nicht keine Ahnung Junge ja dann brauch ich auch ne Waffe hab auch ne Waffe ok dann würd ich sagen geh mir auf die alte Bahn die müssen wir sowieso abgeben außer von dem her ja geh mir auf die alte Bahn komm Freunde alte Bahn ich möchte das Zeug hier aufklagen könnt ihr die mal ablenken nee nee warte komm auf die Autobahn da gibts viel mehr Zeug ja aber ich nutz mir nicht wenn ich keine Waffen und keine Motionen habe dann brauch ich nicht auf die Autobahn gehen doch du brauchst nur rumhüpfen rumhüpfen und totkar totkar on the way on the way alles wartet auf totkar ja ähm zu der Brücke wär gut ne ja bin ich bin ich gerade bin ich gerade bin ich gerade für keine Ausdauer mehr äh alter so ich bin bei der Brücke da lass uns zuerst irgendwo in Sicherheit gehen da ist ein Polizei Auto da ist noch 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 ein Polizei Auto da sind ganz viel da sind ganz viele ich geh mal auf den Bus rauf ich muss mal Munition herstellen ähm alle abschlachten oder weglock ähm ich würde sagen abschlachten ich logge sie weg ähm ja ich hab keine Ahnung da hat man den Peller irgendwo hin ich muss das herstellen warte ich ich stell ein paar her wer klopft da auf mir rum? Aktor der Zom der Zom ist ok dann ja genau lasst mich in Frieden ihr vernamten Hohenköpfe werft mal ein paar Pöller ah Pöller ähm ok ich hab das Schloss gleich geknackt er hat das Schloss geknackt er hat das Schloss geknackt er hat das Schloss geknackt ok Schloss ist offen nichts drinnen hat sich voll ausgeteilt ah Messer was Messer ihr zieht alles Zeug aus und hüpp dich als so kleiner beschissener Mongo was ist mit dir was ist los mit dir stirb jetzt stirb sofort ich glaub ich glaub der ist tot mhm warte ich möcht grad das Zeug gleich bekomm ich noch ein paar Nägel ok ich bekomm alles Zeug und ich bekomm nichts das ist voll unfair das find ich jetzt nicht komplett ja lass es finster werden das passt schon totka das passt schon das machen wir schon ich schau nicht so blöd noch eine da so ähm wo sind meine Freunde ah meine Freunde sind da vorne Freunde wieso wartet ihr nicht auf mich ich bin grad voll am spielen alle Röhrschl sind voll behindert auf das Vieh ein ich wurde hart verraschen ich wurde hart verraschen so dann räumen wir einen Safer jetzt holen wir uns das oder? äh äh ähm ja gehen wir da vorne runter genau lol ein HP ich hab noch ein HP live nähere mich der Abwurfstelle gut such dir einen Unterschlupf und warte die meisten Pakete landen genau in diesem Bereich ich hab noch ein HP ich hab noch ein HP Freunde seht ihr das das nenne ich Skill boah ein HP okay wir nähern uns der Abwurfstalle äh Lichtfalle aktivieren da sind noch zwei Zombies die müssen noch geröstet werden geröstet werden soo Errung geschafft ein gewisser Grad an Sicherheit sehr schön Freunde Somustes ja dann würde ich sagen äh gehen wir schlafen ne wenn wir nicht schlafen gehen ist es direkt nacht oder auch hell ich weiß es nicht ich kann es dir nicht sagen ich werde dich mal anders anziehen ok ich spiel grau in meiner Tastaturum zeigen die ihn schon mehr? ne ich wette zu 007 von braun auf weiß du wechselst von braun auf weiß gibst du ähm oder ungefähr so wie Michael Jackson Jackson schlafen nicht verfügbar geil wir dürfen nicht schlafen äh ok ich saß mit diesem mit diesem Überlebens äh mit diesem Schwierigkeitsgrad nicht mehr möglich wird das oder? vielleicht wegen Koop kann auch sein ok was machen wir ähm Waffe abgeben hast du probiert zu schlafen gehen wir runter ja Waffe abgeben ich habe keine Waffe Zotka er braucht ja jeder eine Waffe ich weiß es nicht ja was steht bei dir bei der Quest 0 0 ok es kann doch sein dass nur einer eine braucht ja ich habe ja eine ja aber dann würde es dann dann täte es es ist bei mir anzeigen es dann möchte ich jetzt Pistole 1 abgeben ok ich werde jetzt mal was machen Freunde weil ich habe das schon lange ich habe das immer noch nicht gecheckt was denn ich habe die Lage gepeilt suchen sie nach und da ist eine Kiste sieht intakt aus mal sehen was drin ist komm mal her da ist eine Kiste ok könnt ihr könnt ihr nehmen und da drüben ist auch eine Kiste genau ich werde zu blöd sein da hoch zu hüpfen oder was hey wirklich lol wieso komme ich da nicht hoch von der Axt scheiße Mutter da normalerweise normal müsste es gehen da ist die Kiste aber geht Max hey verdammte weißt du fahr fahr jemand anderen fahr jemand anderen ohne Scheiss leck mich am Arsch aber hier kommt er wieder hoch ja klar da wo nichts zum hochklettern ist da geht's Knauze ähm ok da muss ich einen anderen Weg finden um hier hochzukommen jetzt aber müssen wir da hoch ja da ist irgendwas drinnen was wir vielleicht benötigen könnten der da der da ich habe da schon was aufgeklaut Kampf-Target-Buch ich komme nicht hoch wie seid ihr jetzt aufgekommen komm ja wo bist du denn ja unten da wo du rauf gesprungen bist ich muss doch gehen hier irgendwie ok ähm was machen wir jetzt für eine Quest hallo Freunde 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 äh äh ja keine Ahnung suchen Sie nach einer Waffe für diesen Mongo Mongo ne Mongo Waffe hab ich hast du eine Waffe ja du auch zautkar habt die beide schon ne Waffe oder was ha ja aber keine Munition hier ist doch ne Ruhe wieso habt ihr beide schon Waffen und ich nie ich ja das vielleicht wird schon seine Grund haben ich hab dich gerade geheilt Kumpel ja warte auf Schmeide Schmörter ist eloquent ah ich komm aus Brutschmittel da ist die Truhe ja bei mir schau was ich hab schau was ich hab soll ich mal schießen ich hab auch was aber nur meinen Schuss Nein! Scheiße. Wollt auf die Stange hüpfen. Okay, meine Lieben. Ähm... Warte, hier ist noch was. Da ist noch was. Wir brauchen eine Waffe. Kommt mal hoch hier. Zu der Kiste. Drück, druck, dann komm ich. Oh, okay. Na klar. Nix drin. Ah, und das habe ich schon kommen, oder? Kommt noch ein Flugzeug. Das holen wir uns jetzt. Das holen bei uns. Die Kiste holen wir uns jetzt. Die zwei. Freunde, das schaffen wir, oder? Und, let's go, let's go, let's go, let's go. Schnell, 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 schnell. Nein, nicht! Ihr seid so bescheuert... Ihr seid so bescheuert, ihr zwei. Wisst ihr das? Die machen da extrem Lärm wieder. Das wird sehr langweilig. Ja klar, wird's langweilig, genau. Schöne Grü... Schöne Grüße, Alter. Was ist mit dir los? Der Hund, äh... Ich bin zu fett. Das wäre gut gegessen, wahrscheinlich. Okay, ich bin bei der Kiste. Ihr auch. Gleich. Äh, ich bin durch die Decke geglitscht, irgendwie. Geglitscht? Ja, und ich komme hier irgendwie nicht mehr raus. Äh, wo bist du? Warte mal. Warte mal! In der Halle, oder? Ja. Ja. Ja, wieder raus. Wow! Alter, verpiss dich. Komm hier runter. So, ich wäre bei den Kisten. Kommt ihr auch? Äh, mach mal auf ne Kiste. Ja, ich muss ja suchen, aber ich bin... Ich bin auf dem... Ja, ich bin da, wo sie gelandet sind. Aber ich weiß nicht... Wow, Drecksvieh! Hä? Ich komm schon zart krach. Na, ich mach selbst Mord. Ich will nicht mehr. Ja, warte mal. Ich kann scheiß Mord machen. Okay, wo sind die Kisten? Komm irgendwie... Wo sind die scheiß Kisten gelandet, verdammt? Na, da vorne, oder? Ja... So, ich bin wieder... Im Game. Jetzt war ich der Fette, der durch das Dach gebrochen ist. So, warte mal. G-R-E-Pakete. Wo sind die scheiß G-R-E-Pakete? 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 Sind sie nicht auf der Brücke gelandet? G-R-E-Pakete? 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 G-R-E-Pakete... G-R-E-Pakete? 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 Wir sind schon on the way! Jetzt ein Paket musst du! Was ist? Da ist nirgends ein Paket. Nein, du bist... ...in die falsche Richtung gelaufen, ich weiß, ich war schon... Feuerblaue! Na, retten Sie den Überlebenden? Nein, nein. Er ist unten. Oder? Ja. Ja. Polizei Auto 2. Ja, schöne Grüße vom Gemüse. Jade, Reißmänner waren schon da. Verdammt! Diese Kiste ist leer. Such einfach Nummer 2. Such nach dem Rauch des Leuchtsignals. Die Kiste muss in der Nähe sein. Aber wir könnten die killen. Weil der sicher Punkte bringt. Ja. Hey, warte. Könnt ihr mal kurz warten auf mich? Da wären... Nee, wartet nicht. Ist ja egal. Warte ja. Ja, Polizei Auto looten. Okay, dann können wir zuerst das Polizei Auto looten, dann... Ich hab 10 Böller. Ja. Ja. Das macht ja keinen Sinn hier, die... Ich hab ne Waffe, deswegen. Geil. Achtung! Ja, ja, lass nur. 60 Dollar. Ich hab meine Waffe. So, jetzt können wir gehen, wenn ihr wollt. So, jetzt kommst du mir nicht davon. Du Arsch. Boah, ich bin... Gefallen. Wow! Hell. Bin schon da. Will der bald sterben, oder? Hat der noch vorher etwas länger zu leben? Okay, sehr schön. Ähm... Renes ist schon möglich zum... Treaten... Auf... Was? Abwobstelle, ey? Ja, da. Die Kiste aufmachen. Ja, die Kiste aufmachen. Boah, geil! Geile Scheiße! Wow! 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 What the? Lol, geil! Einen harten... Alkohol! 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 Pistole Munition! Okay, ich musste die Böller wegwerfen. Scheiße! Ja, mach mal! Meine... Meine Böller! Okay, laufen wir zum zweiten, äh... Hier! Ding... Dingselpumsel langsel da. Wie weit ist das entfernt? Das ist schon ein Stück. Das wäre ein Stück. Das wäre ein Stück. Laufen wir hin, oder? Ja! Okay, da wäre er safe aus. Und es wird... Meiner hat keine Luft mehr. Meiner auch nicht. Aber es wird gleich dunkel. Es wird gleich Fenster, Fenster... Nee, leck mich, bitch! Ich bin fast dort, ich schaff das! Okay, wir sind fast dort, ich schaff das! Ja, genau! Du blöde, kranke Scheißschweiß da. Kommt er? Ja, lass uns mal kurz da. Er hat sich grad verliebt. Genau. Genau. Hä? Okay. Love is in the air. I would fasten everywhere. Hahaha. So auf die Art... Vodka. Das ist eine Kiste? Ja, scheiß auf die Kiste, es wird Nacht. Die Kiste... Die Kiste ist die Kiste. Nichts! Christoph! Biss dich! Ich bin da! Ich bin da! Nebendut Nebendut Könnt ihr mich äh Warte gleich Ghost Zero Zero Killer Ich bin auch da Ihr seid witziger Ghost Zero Zero VHB Ghost Zero Zero Killer du schaust das Ja jetzt haben wir aber anderes Problem Welches Warte auf andere Spieler Schnell 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 Jetzt kommen gleich Zombies Ja ist egal wir müssen zurück Ok da sind Antizinscheid Nimm es Gönn dir Ok Ghosty Hab die Sitzung verlassen Gut Crane Damit eröffnen sich ihnen neue Möglichkeiten 40 Minuten Ries ist höchstwahrscheinlich unser Mann Wenn sie also Antizin finden Dann zerstören sie's Was? Wieso? Dann müssen sie sich an Ries wenden Sie können das für Bracken übernehmen Als Gesandter Aber die Leute brauchen dieses Zeug doch Wir haben das Wohl aller im Sinn Vergessen sie das nicht Genau er zündet's an Er ist so bescheuert Eieiei Jade ich bin an der Abwurfstelle Hier ist kein Antizin Keins? Mist Mist Gut Komm zurück Und Vorsicht Die Albträume sind wach Lass dich nicht sehen Mist Haben mich wohl gehört Oh je Geile Teile Geile Teile Ja klar Jetzt muss ich abhauen auch noch Ok Jeder ist auf sich her eingestellt Tschüss Ok der Ghosty hat einen Lisk oder? Vermut mal ja Ja Alter Ich bin tot Ich kann leider nicht zurücklaufen aber Drücke einfach eh und dann Spawnst du hoffentlich irgendwo Wo safe ist Ich bin tot Ich hoffe du spawnst irgendwo wo safe ist Ja Ich seh grad Einen Steiß Freunde Also Falls ihr auf Youtube auch nicht seht Ich hab auch nichts gesehen Ok ich bin gleich in der Safe Sound Ok ich bin gleich in der Safe Sound User entered your Channel Hallo Ghost here is your killer killer Hallo 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 Und Was nennt Disconnect Ja wir haben es bemerkt Ja wir haben es bemerkt Zotka Wie siehts alles Möchtest du mich einladen? Ja warte Kurz Habt ihr die Kiste geöffnet? Ja aber das War ein Fail Ich bin verreckt Komm wieder Warte ich stich dir gleich Komm Fuck ich bin einfach erreicht Äh ok warte Ähm Spiel einladen Ghost Ne sorry User in your Channel timed out Und weg ist er wieder Ok was hat er Er hat irgendwas Er hat irgendein Problem mit seiner Leitung Er steht auf der Leitung Ok äh was haben wir verzeiht 42 Minuten hast du schon deine Links gemacht Zotka Was? Hä? Ok da ist er Ey da Ghosti Ist wieder da Sehr schön Es will grad irgendwie nicht Ok dann würde ich sagen meine Lieben äh Äh Dann würde ich sagen das war's für diese Folge Wenn euch das Spiel gefallen hat Dann äh Versucht mal den Abonnierbutton zu drücken Wenn ihr es könnt natürlich Schreibt in die Kommentare Liked das Video Und dann würde ich sagen Danke fürs Zuschauen und Wir sehen uns in der nächsten Folge Ciao Bis dann Ciao 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 Go Zero Zero Killer Ok ciao Freunde